So, willkommen zu einer kleinen Infofolge in Pokémon GO. Wir haben heute früher schon das 24. Türchen aufgemacht. Pupsi ist auch schon da, die liegt wieder auf dem Sofa rum mit dem Adi. Kerze ist auch an, ihr Weihnachtsgeschenk, ihr wisst Bescheid. Juwelenkerzen, überteuert, mit Schmuck drin, ja, haben wir ja gestern drüber geredet. Die riecht aber auf jeden Fall, ich rieche die bis hier, ist ja nicht so schwer, ich sitze hier nur einen Meter daneben, gefühlt. Vielleicht sind es drei Meter oder so, ich weiß es nicht. Und gestern ist natürlich noch was angekündigt worden, wir haben es ja schon erwähnt. Der Januar wird vollgestopft mit Rampenlichtstunden, Raid Boss wechseln, hin und her und zum Countdown der Pokémon GO Tour. Ihr wisst, im Februar gibt es ja dieses fette Kando Event mit Mewtwo, Shiny Mew, alle restlichen Kando Shinies, die noch nicht released sind. Und zur Vorbereitung wollen die wöchentlich eine Region als Event bringen. Carlos hat man jetzt schon. Einer steht als nächstes in den Startlöchern. Und was da genau auf uns zukommt, wollen wir kurz mal reinschauen, Meinung abgeben, eure Meinung einholen. Wir scrollen mal kurz hier durch. Super, das war der Artikel von GO Games. Wir gucken aber wieder bei pokefans.net. Aua, dreckiges. Das Mikrofon hat Streit mit mir. Hält mich an das Lied von Maze, an die EP. GO! Details zum EINAL Event. Na Yendik hat die Details zum kommenden EINAL Event bekannt gegeben. Erstmals wird ein Shiny-Starter nicht auf einem Community Day veröffentlicht. Und das sorgt für Furore. Viele sagen, schade, dass Serpifoi kein Community Day mehr bekommt. Wer sagt denn das? Nur weil es vorher als Shiny released wird, heißt es doch nicht, dass es kein Community Day mehr bekommt. Auch Schilling hat, glaube ich, ein Video hochgeladen mittlerweile, wo es heißt, ist das das Aus für Starter beim Community Day oder so? Auf jeden Fall um dieses Thema. Finde ich immer noch nicht. Sie können ja... Was wollen sie denn zum Community Day bringen? Ihr habt bisher immer dieses Muster gehabt, dass es immer einen Starter gab und einen Lückenfüller, einen Starter, einen Lückenfüller, einen Starter, einen Lückenfüller. Dann konnten sie das nicht weitermachen, weil sonst die Starter alle verbraucht wären. Haben dann also Lückenfüller für Lückenfüller nach Lückenfüller zu Lückenfüller gemacht. Trotzdem gab es immer wieder mal Wiederholungen, selbst Starter-Wiederholungen. Erinnert euch an Glumanda. Glumanda hatte einen Z-Day und hatte sogar seinen zweiten Z-Day mit neuer Attacke, allem drum und dran. Und Serpifoi wird zwar dann als Shiny eingeführt, aber es bekommt doch keine andere Attacke, oder? Das heißt, theoretisch braucht Serpifoi ja trotzdem seinen Community Day, damit es seine Flora-Statue-Attacke bekommt als Pflanzen-Starter. Meiner Meinung nach. Nur weil es jetzt schon eingeführt wird, glaube ich nicht, dass das heißt, dass es keinen Z-Day bekommt. Wohingegen, selbst wenn es jetzt eingeführt wird und kein Starter wäre, guckt euch Macholo an. Macholo wurde eingeführt als Shiny, hat trotzdem jetzt, kriegt ein Z-Day im Januar. Nebulak wurde eingeführt in Shiny, hat trotzdem seinen Z-Day bekommen. So viele Pokémon, die schon eingeführt waren als Shinies, haben nachträglich ihren Z-Day bekommen, auch Carbador. Nur weil das ein Starter ist, wenn es jetzt kein Starter wäre, würden die Leute denken, ach, das gibt es als Shiny, vielleicht kommt es ja nochmal zum Z-Day mit besonderer Attacke. Ja, vielleicht ist es halt ein Starter, der wird jetzt eingeführt, aber kommt trotzdem nochmal als Community Day mit besonderer Attacke. Davon würde ich mich jetzt nicht beeindrucken lassen, oder? Wie ist eure Meinung dazu? Ansonsten seht ihr die Dauer des Events, das beginnt nämlich am Dienstag, dem 5. Januar, 10 Uhr bis Sonntag, dem 10. Januar um 20 Uhr. Von Serbifoi steht gar nichts da, erst im nächsten Artikel. Serbifoi wird erstmals in seiner schillernden Form erhältlich sein. Komisch, dass es nicht dabei steht oben, dass es häufiger erscheint, aber das ist bestimmt Voraussetzung. Damit auch seine Entwicklungen, Evo Serb und Serbiroyal, okay, freut man sich natürlich drauf. Ansonsten die Starter nimmt man immer gerne mal die Bonbons mit, auch für die bestehenden kommenden Z-Days, die sicherlich noch kommen werden. Dann Yorklef gibt es als Shiny. Terribark ist ja im Prinzip eine Entwicklung. Könnte halt auch Bonbons fahren, Eletzeba, Kiesling gibt es als Shiny. Zurokex ist richtig cool. Rotomurf ist cool. Schallquab, wer noch die Entwicklung braucht. Toxiped ist Crab, genauso wie Unratütox. Molimor, aber braucht man eigentlich auch nicht. Monozyto, auch cooles Pokémon, habe ich damals im Event verpasst. Da würde ich mir auch gerne noch ein paar Bonbons mitnehmen, aber das Heftigste, was ich sehe, ist Kastadur. Kastadur als Shiny eingeführt beim Mexiko-Japan-Event. Seitdem, so gut wie nirgendwo gefunden, nicht gespawnt durch die verschiedenen Events, sind die Spawns meistens auch abgeschaltet. Du findest gar keins, weil alles überwiegt mit anderen Sachen, aber dann erscheint Kastadur häufiger, dass die Chance für die Shiny-Jäger endlich auch Shiny Kastadur zu bekommen. Aus 5 Kilometer-Eiern schlüpfen Kiesling, Stravigl, Lilminib, Emolga. Emolga auch interessant, viele haben das auch noch nicht. Laukabs, Schnuthelm, Wazapf und Pygraulon. Wazapf, Pygraulon nimmt man auch gerne mit. Durch Feldforschungsaufgaben kannst du Sternenstaub und Begegnungen mit Serbifoi, Floing, Otaro und Kastadur erhalten. Also die drei Starter und wieder Kastadur. Nicht nur wild, sondern auch durch Aufgaben. Also das Einhal-Fest wird ganz im Sinne von Kastadur bei mir stehen. Also zum Event wird es folgende Raid-Bosse geben. Nochmal auch Stufe 1. Serbifoi, Floing, Otaro, Praktibalk, Litomiff und Klick. Klick ist ja wahrscheinlich schon seit 100 Jahren drin. Praktibalk freuen sich immer noch die Leute, vielleicht ein 100er und ein Shiny zu ziehen. Litomiff, auch Shiny. Stufe 3, Terribug, Navitaub, Stalobor, Huzasa. Finde ich eigentlich alle uninteressant. Stufe 5, Genesect im Flammenmodul. Weil es aber eine neue Form ist, nicht als Shiny. Trotzdem ist es ein neuer Raid-Boss, den wir vorher noch nicht da hatten. Nimmt man also auch gerne mit. Mega Raids, Mega Glurak, Mega Turdog, Mega Rexblizzard. Mega Glurak wird von Dienstag bis Dienstag, also vom 5. bis zum 12. stärker sein. Auch für dieses Event wurde eine Sammler-Herausforderung angekündigt, ohne dass bekannt ist, worum es sich handelt. Das darauf folgende Event wird dann Sino-Event sein, welches vom 12. bis zum 17. Januar stattfindet. Ihr seht ja nochmal die Shinies aufgelistet. Sieht halt auch wieder nicht so krass aus, von Grün zu Minzgrün. Okay. Genesect, Flammenmodul, ich weiß nicht. Was unterscheidet sich da? Dass er halt hinten einen roten Zipfel hat am Modul und sonst nicht. Keine Ahnung, das Pokémon hat ja keine andere Form, glaube ich. Das sieht halt einfach so aus, wie es aussieht. Und das war es auch eigentlich schon. Aber lässt natürlich jetzt viele Fragen offen. Was sagt ihr? Seppi Foy, kein C-Day mehr. Starter, nie wieder C-Day. Die Leute drehen durch alles. Und ich denke mir, alles bleibt, wie es ist. Nur weil das jetzt released wird, als Shiny und ein Starter ist, heißt das noch nicht automatisch, dass es keine C-Days davon mehr gibt. Ich freue mich auf jeden Fall. Okay. Seppi Foy, Shiny und auf jeden Fall Kastadur. Shiny. Ansonsten nimmt man halt den Raid-Boss ein bisschen mit. Was will man auch sonst raiden? Was werdet ihr raiden? Werdet ihr Genesect raiden? Oder sagt ihr, das ist uninteressant, weil es nicht shiny sein kann? Ihr raidet lieber weiter Mega-Raids oder Praktibalk-Raids? Was macht ihr mit eurem täglichen freien Raid-Pass? Schreibt es mal in die Kommentare. Wie ist eure Meinung zu dem Event? Auf was freut ihr euch besonders? Was macht der denn immer zu Arnie? Du kannst doch nicht hier... Guckt euch das an. Der Adi hat schon wieder den... Der Karton, der stand vorhin noch ordentlich da. Jetzt ist der Karton tot. Das war's. Der Adi hat wieder mal randaliert. Das war's von meiner Seite aus. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.